Musik Ja, wir haben dieses Jahr 10-jähriges Gestehen der Pfadfinderschaft des Stammes Hamm. Und wir haben hier in Hamm das Kinder- und Jugendspiele-Festival. Und wir bieten den Kindern hier den ganzen Tag kostenlose Vergnügen auf über 20 Stationen und tragen so, ich sag mal, ein bisschen dazu bei, eine ordentliche Kinder- und Jugendarbeit zu machen. Ja, der Bayer Miet-Service bietet einmal eine große Hebebühne an. Die fährt bis auf 30 Meter hoch. Und da kann man sich also einen sehr schönen Überblick verschaffen. Über das ganze Spielefest, über Hamm zum Beispiel und so weiter. Wird auch gern für Fotoshooting genommen. Und dann haben wir einen Mini-Bagger von der Firma Bayer. Da lernen die Kinder also schon mal, wie sie später mit dem Bagger umgehen können. Kriegen auch einen kleinen Baggerführerschein gemacht. Wir wollen den Kindern ja den ganzen Tag umsonst diese Attraktionen bieten. Und ohne Sponsoren wäre das gar nicht möglich. Wir sind vom Förderverein finanziell so stark nicht aufgestellt, dass wir diese Sachen alle anmieten können. Und deswegen sind wir immer sehr dankbar, wenn sich so ein Sponsor wie die Firma Bayer da an unsere Seite stellt und uns so etwas überhaupt möglich macht.